Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minigames, mit dabei natürlich der Dynamics. Äh, wo sehe ich denn nochmal, wo weiß ich, was ich bin? Ja, ich bin Zika. Hä, wo sehe ich das denn? Äh, wo sehe ich, wo wo ich bin? Im Inventar, geh mal in dein Inventar, da müsst ihr es sehen. Oder es steht oben. Das ist auch richtig geil, dass ihr gerade so geil reagiert habt, Omega. Nö, bei mir steht es eigentlich irgendwie nirgends. Ich hab reagiert. Was? Er reagiert? Wodrauf? Auf Dynamics. Okay, er hat reagiert, hab ich nicht gehört, okay. Egal, und Antoinette ist natürlich auch mit dabei. Hallo, ich weiß überhaupt nicht, was ich bin. Ist der eigentlich den, der Projekt, wo ich mich nur eingeschmuggelt hab? Hä, wo steht denn das bitte? Ja, ich weiß auch nicht, wo steht, was ich bin. Ja. Schau mal den Inventar auf und guck mal, welchen Block du auf dem Kopf hast. Gar keinen. Ah, ich hab Sand, ist doch richtig geil. Ich hab einfach gar keinen Block. Okay, ich bin direkt gestorben. Direkt, direkt weg. Einfach nur. Direkt direkt weg? Hä, ich hab gar keinen. Ja, weil ich einfach irgendwie, ich war zu. Wir müssen hier die ganze Zeit Feuerwerk. Zucker einfach, Mann. Braucht keine. So. Wann hat man denn als Seeker? Na, könnte schon auch. Bin ich jetzt unsichtbar, oder was? Hä? Wenn du lange genug irgendwo stehst, am besten sagst du mir, wo du stehst. Äh. Genau, als Seeker ist das sehr gut. Ja, das ist super. Aber ich, ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt sieht, weil ich hab gar nichts auf dem Kopf. So. Ähm. Ja, gut, dann. Du bist einfach unsichtbar. Das ist auch gut. Bin ich unsichtbar? Vielleicht. Vielleicht bin ich auch irgendwas, kannst aber nicht sehen, was ich bin. Das wäre natürlich auch super praktisch. Weil das hier auch noch so eine Siedlung ist, wo man ja alles sofort sieht. Ich glaub, hier kann einfach nur wahllos auf Gegenständen rum. In der Hoffnung, dass irgendwo. Also ich hab, ich hab schon keinen in meinem gefunden. Du warst schon einfach an, Seeker, oder was? Äh. Ja, ja, ich bin als Seeker gestartet. Ach so. Das heißt, ich bin jetzt, ja, die Einzige. Na toll. Boah. Ja. Die sich ausruhen darf und rumstehen darf, ja. Hä, bei mir ist ja gerade irgendwas aufgeblitzt. Also entweder, entweder bin ich das hier. Ich, entweder bin ich. Alter, hörst du auf? Also ich glaub, ich weiß jetzt, was ich bin. Aber das bringt's einfach gar nicht, weil ich bestimmt gleich getötet werd. Also wenn ich das bin, keine Ahnung. Aber ich glaub, das stand auch bei mir nirgends. Hier muss doch mindestens bei den ganzen Workbenches, muss doch mindestens einer sein. You can use, you can use, bla bla bla. Die irgendein Mensch ist. Kann doch nicht sein. Ach, da steht's, da steht's. Okay, ja gut. Das steht also doch. Das steht auch, wenn du E drückst, siehst du auch das Item. Nee, das steht... Warte. Was du in der Hand hast. Ach so, das ist immer das ganz hinten, im Inventar. Das, was du in der Hand hast, das Item. Ich hab kein Item in der Hand. Aber was sind hier hochgegangen? Die Welt ist grad irgendwie komplett destroyed. Destroyed. Ja, gut, ich bleib einfach mal hier stehen. Ich mein... Hm. Ich als... Ja, was soll ich denn da machen? Verstecken. Ja, wo denn? Wann kann man denn hier so rumsprengen und so ein Kram? Und seit wann haben die einen Bogen? Seit wann kann ich die Tür nicht aufmachen? Nee, eine Tür kannst du nicht aufmachen. Die ist auch so ganz komisch. Hm? Also irgendwie spinnt hier mein Gegenstand ein bisschen rum. Alter. Ich hier nicht mal mehr rauskommen, was ist hier los? Ja, wer steht so mit dem Bogen noch nicht? Hab man denn als Heider auch einen Bogen? Äh, ja. Oh, ich hab einen Heider gefunden. Weg. Juhu, Popsniken. Hä, kann man seine Form verändern? Keine Ahnung. Also irgendwie haben die ein bisschen was geändert hier. Click Block, Change Form. Bin ich jetzt das? Nö. Keine Ahnung, was soll das bringen? Mixed. Verwirrung. Ja. Seltsam. Alles die nur der Verwirrung. Äh, die Frage, dass du die Frage jetzt beantwortest, ob man als Heider auch einen Bogen hat? Ja, kann man. Also hat man. Okay, dann wurde das nämlich ernauert, weil vorher hatte man immer nur ein Schwert. Okay. Soweit ich das weiß. Aber ich hab das auch nie viel auf dem Sperr hier gespielt. Man hat jetzt einen Bogen und man hat eine Axt. Ja, ja. Genauso wie die Seeker halt. Ja. Ja. Und ich guck gerade noch ein bisschen. Ich such gerade die Häuser, wo ich noch überhaupt nicht drin war. Ich schlaufe einfach verwirrt rum und schlage auf Gegenstände. Ja, ja, das mach ich auch. Das ist der Sinn, glaub ich, davon. Ja. So, es stehen 7-7. Bei diesem Workbench-Stapel warst du auch, ne? Ja, ja. Das ist einfach zu offensichtlich, da muss irgendwas sein, dann ist doch nix. Ja, also. Hä, was war das denn? Ich steh hier mal so rum, ne? Sag doch am besten mal wo. Nö. Das ist grad einfach ne, hier, hier ne, ein Wagen vor mir dies vor. Gäst hier? So ne Gondel. Anscheinend nicht, nee. Oh, der hat doch da oben. Äh, anscheinend auch nicht, nee. Oh, Mann. Also, eigentlich bin ich gar nicht so wirklich super versteckt. Das kann man vielleicht sagen. Also, mich wundert es, dass mich noch keiner gefunden hat. Weil keiner weiß, was du bist. Ja, mittlerweile weiß ich, was ich bin. Also, ich war wohl zu doof, das zu sehen, deswegen. Naja. Aber ich kenn mich hier auf dem Server auch nicht unbedingt aus, in dem Spiel. Wieso kann man TNT platzieren? Das macht doch einfach überhaupt keinen Sinn. Ja, ich hab auch Feuerwerk im Inventar. Ich weiß auch nicht, was das jetzt bringen soll. Das Witzige ist, dass die Welt sich dann regeneriert. Du kannst also die Gegend hoch sprengen und das regeneriert sich dann wieder. Innerhalb der Runde. Ja. Okay. Ach, wenn man, wenn man jetzt, also man kann miauen. Anscheinend. Und wenn man das macht, dann bekommt man hier Gammys. Man kann auch ein Feuerwerk lassen und dann... Ich miau auch mal. Miau. Ich hab ein Miauen gehört. Ja, fünf, vier, drei... Feuerwerk! Ach, da hin. Oh Mann. Okay, du warst am ganz anderen Ende anscheinend, oder? Ist das Feuerwerk überall? Ist jetzt, ist jetzt vorbei? Jetzt überall, ja. Ja, ist vorbei. Was warst du jetzt? Ich war ein Kuchen. Ich hab alle Kuchen kaputt geklappt, die ich unterwegs gesehen hab. Ja, ich war irgendwo hinterm Haus. Also mich wundert's echt, dass mich keiner gesehen hat. Einfach auf so einer Wiese lag. Ja, genau. Du warst wahrscheinlich irgendwo hinter der Map oder so. Nee, ich war hinterm Haus. Hab ich jetzt eigentlich irgendwelche Punkte bekommen oder so? Ja, wahrscheinlich. Games kriegst du dazu immer. Hm. Wie Games hast du denn? Äh... 1.228. Du weißt natürlich auch noch, wie viele du vorher hattest, ne? Ja, total, ja. Aber du könntest 399. Ich hab 7.288. Ja, was hast du denn? Ich hab ein paar Mal Dragon Escape gespielt, das war's. Und da war ich nicht mehr gut. So, ich würd sagen, wir schließen noch, äh, wie, 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 weiß ich immer, wie lange die Runde oben war? Ja, also 7, 8 Minuten. Ja, dann machen wir noch ne Runde, oder? Dann würd ich sagen, schließen wir noch ne Runde hinten dran. Die schneiden wir jetzt hinten dran. Also kurzer Break und bis gleich. Und damit willkommen zurück in der zweiten Runde bei Hide and Seek. Hallo. Und wir sind natürlich immer noch in der gleichen Konstellation. Und seid ihr alle Hider oder ist einer Seeker von euch? Ich bin ein Heider. Heider. Und interessanterweise weiß ich mal, was ich bin. Weiß auch, was ich bin. Moin. Mhm. Ja, man hat von Anfang an schon, äh, die Holzachs und... Ja, genau. Hm. Okay, die laufen hier richtig gefährlich an mir vorbei. Ich bin ne... Oh, ich sag noch nix. Könnt ihr auch noch jemand zum Dings werden? Einfach mal ein bisschen wie jaun. Okay, er hat direkt jemand mit mir gesprengt. Wie den Typ, das überhaupt nicht juckt, dass ich hier rumstehe. Ja, mich werden sie wahrscheinlich haben, wenn sie hier reinkommen. Mich nicht. Die haben hier in der Nähe von mir gesprengt. Ich bin ein bisschen weg gewesen. Okay. Wo bin ich? Geil ist bei dem Spieger, da einfach rumstehen und nichts machen. Ah, verdammt. Die haben mich gesehen. Ich bin tot. Ja. Bei mir wird einfach wieder jetzt alles aufgebaut. Okay. Ich bin hier wieder schön unter mir. Ah, du wirst ja jetzt so ein, äh, Siegern, äh, ja. Ich bin Sieger jetzt, genau. Sieger, ja. So, Alter, halt, was ist das? Das geht aber schnell diesmal. Okay, da kommt einer. Ja, da kommt einer, den ich kenne vom Namen her. Scheiße. Kommt einer vom Namen her, den ihr kennt? Ja. Nee, bei mir nicht. Ich kenne den nicht. Ey, wie viel jetzt Siegern einfach gerade, äh, gerade kommen, Mann. Ja, es sind ja zwölf schließlich. Ich weiß aber nicht, ob man sich bewegen darf überhaupt, ohne dass das Solid Block aufgehoben wird. Nee, nee, wenn du so weit bist du wegst, oder so schießt, oder so ist es vorbei. Ja, aber wenn ich mich nur drehe, mit der Maus dann nicht. Nee, nee, drehen darfst du nicht, also lass mich nur nicht laufen. Ja, so sagen ich nicht, VRSD-Drück ist alles in Ordnung. Und ich finde es ja sehr, sehr, sehr gut, wurde nicht erkannt, ist gut. Wurde es nicht erkannt? Ja. Aber ich bin noch nicht mehr bei dir in der Nähe, oder? Nö. Oha, Mami, nein, okay. Puh, okay, da kommt einer. Die alle an mir vorbeilaufen, ey. 3,8 Minuten, naja. Ja, ich hatte aber auch schon so manche Runde, wo ich mir dachte, sie müssten mich doch irgendwann mal sehen, aber... Nein, da kommt einer von hinten. Die Missgebote hat abgeklappert. Ist der noch hinter mir? Ja, der ist hinter mir. Lalalala, lalalala, ich renne gar nicht schnell. Der schießt Pfeile, das juckt mich aber nicht. Pfeile? Wo kommen die Pfeile eigentlich her? Du musst hier im Kreis laufen. Von der Seite. Alter, wir müssen jetzt einfach mal drei oder zwei Seeker hinterherrennen. Nein, jetzt kommt noch ein dritter. Ja, Party! Wo kommen die Pfeile? Weil ich rennen muss, weil ich Hitze bekommen habe. Richtig geil. Die gehen mir einfach alle hinterherrennen immer noch. Bist du zufällig, äh, an der Melone? Ja. Ach was. Die gehen mir alle hinterher, ne? Wie du einfach die ganze Zeit wegrennst. Ja, was soll ich denn sonst machen? Die abschießen, oder was? Wo ist er denn? Ungefähr, ja. Also, ein möglicher Ort am Strand entlang, gerade. Oder halt an diesem Sandstein. Ich regeneriere aber mein Leben. Das ist schon mal ganz... Nein, das habe ich schon Hit kassiert. Critical. Nein. Ja, wie sie alle da hinten rumrennen. Weg. Okay, es ist fertig. Ich bin immer hinten rumgefahren. Halt. Aber mega lustig. Ich bin einfach die ganze Zeit lang gerenzt. Aber die rennen mir zu dritt viel teilweise hinterher. Ja, ich ja auch, ne? Was, du auch? Ja. Bist auch der, ja? Ja, natürlich. Ach, ich habe gedacht, du wärst Seeker. Hm, ne, also, ne, ne, sie haben mich entdeckt. Ach so. Der ist hier so dumm da. Aber hier der Platz war eigentlich total geil, weil die Melonen hier standen mehrere beieinander. Und dann hat er einfach alle abgeklappert, weil ich schon sowas gedacht hatte. Ach ja. Ja, und ich habe nicht gesehen, dass mein Block nicht solid geworden ist. Ach so. Ich stand einen halben Block daneben und dann haben die mich schon gesehen. Wie ist die ganze Zeit solche Melonen und Strohdinger abgehen, aber bringt alles nix. Nings, wo ist einer? Also der. Okay, man weiß ja nicht, was für, was für Material der hat. Also was für ein Block der ist. Oh, komm. Oh, ich glaube, er hat ihn... Ach, er ist erwischt worden. Ja. Ja, Leute. Das war's mit dieser Runde Minecraft Minigames mit Hide & Seek oder in diesem Fall hier Blockhunt nennt sich das Ganze. Auf den... Auf den Mineplex-Servern. Auf den Mineplex-Servern. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Oder wir sagen bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.